Also es ist eine große Anlage, am Meer ist es fantastisch und der Pool ist auch sehr schön. Ja, also das Zimmer, wie schon gesagt, ist eigentlich jetzt ziemlich schön. Wir haben auch gleich ein Bungalow am Strand. Größe ist auch okay, das Bad ist eigentlich von der Größe her ausreichend. Und wir haben auch einen Fernseher mit den deutschen Programmen und Minibar. Also es ist eigentlich alles da, was man braucht. Ja, also der Strand ist ziemlich schön. Also man kann sich wirklich nicht beschweren. Wir haben auch vom Zimmer aus vielleicht 50 Meter zum Strand. Ja, wie man sieht, der Pool ist auch sehr groß. Es gibt auch eine schöne Poolbar und mit zahlreichen Getränken, die einen dann sozusagen auch erfrischen. Auch das Essen ist sehr farbenreich und abwechslungsreich. Und es gibt dann auch eine große Obstbar und Gemüsebar, Poolfisch, Reis, alles. Ja, wir sind eigentlich hauptsächlich zum Taufen hier. Wir sind da im Tauchklub. Wir haben jetzt jeden Tag eine Ausfahrt gemacht. Das ist eine der schönsten Tauchgängenden überhaupt. Das heißt, wir haben da Möglichkeiten, sehr viele Korallen zu sehen. Großgetier ist weniger, das heißt so, aber Schildkröten haben wir schon gesehen. Dann haben wir sehr viele Fischorten gesehen, sehr viele Korallen, sehr, sehr, sehr bunte Unterwasserwelt. Man kann hier auch Sport machen, also morgens am Strand entlanglaufen. Das ist auch sehr angenehm, da ist noch gar nichts los. Da ist noch nicht zu heiß, ja. Und tagsüber am Meer, das ist sehr schön, also sehr angenehm. Es gibt ein Animationsprogramm, ja, aber wir nehmen da eher nichts ran teil. Ich meine, sie sind tauchen und ich liege dann lieber am Strand, gucken wir das an. Aber das Animationsprogramm ist sehr umfangreich und es wird auch jede Stunde was anderes angeboten. Ja, ich würde mal sagen, mal für Sportler, also das Tauchhotel auch, muss man sagen. Dann sind sehr viele Familien mit Kindern hier. Also der Kinderklub ist sicher am meisten engagiert da. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut, weil man kommt wirklich vom Essen morgens, mittags, komplett und da kann man sich nicht beschweren.